Käsekuchen backen mit Dima und Mama. Ich war Weihnachten wieder bei der Familie und es war richtig schön dort zu sein. Ihr müsst wissen, meine Mutter macht den besten Käsekuchen der Welt. Außerdem liebe ich Käsekuchen, weil er gelb ist. Ich hab sie lange nicht mehr gesehen, also musste ich sie ein bisschen ärgern. Das Ganze mussten wir noch umrühren und ich hatte richtig Hunger. Ich hatte richtig Bock auf diesen Kuchen. Dann hab ich die Pfanne mit Butter eingerieben und dann haben wir alles in die Pfanne gekippt. Der muss jetzt in den Ofen. Gesagt, getan. In dieser Zeit noch mit meinem Bruder gezockt. Und Leute, ich war so überrascht, er hat mich einfach fertig gemacht. Und jetzt ist der Kuchen fertig. Was ist euer Lieblingskuchen?